Er ist einer von drei Neuzugängen beim THW Kiel. Dena Janima aus Estland, verpflichtet vom HSV Hamburg. Seine Position, rechter Rückraum. Ich versuche, Mannschaften zu helfen, weil Stefan ist gerade leider verletzt. Und wenn das nicht läuft bei Marco, dann versuche ich reinzukommen und auch was bringen und Mannschaften zu helfen. Und so ist es. Beim Bundesliga-Heimspiel gegen Leipzig kam Janima zu seinem ersten Einsatz in der Sparkassen-Arena und steuerte einen Treffer zum Sieg bei. Adrenalin kommt natürlich und deswegen trainieren wir auch hart. Wir warten auf diese Momente und wenn das endlich kommt, dann ist das einfach ein sehr gutes Gefühl. Natürlich, das ist richtig, richtig geil. Das war so schnell alles. Manchmal habe ich immer noch das nicht im Kopf, weil wo ich bin jetzt. Aber ja, ich bin beim THW und das ist ein sehr gutes Gefühl. Das war so schnell alles. Vielen Dank.